Nach erhöhter Aktivität mussten mehr als 2.200 Menschen in der Umgebung des Vulkans Levotobi-Laki-Laki in Indonesien ihre Häuser verlassen. Wegen erhöhter Vulkanaktivität sind auf der indonesischen Insel Flores mehr als 2.200 Menschen evakuiert worden. Die Anwohner wurden aus dem Umfeld des Vulkans Levotobi-Laki-Laki in der Provinz Ostnusa-Tengara in Notunterkünfte gebracht. Dies teilte ein Behördensprecher am Dienstag mit. Der Vulkan war in den vergangenen Wochen mehrfach ausgebrochen, am Montag hatte er zuletzt eine 1,5 Kilometer hohe Aschewolke ausgestossen. Die Behörden riefen die zweithöchste von vier Warnstufen aus und erweiterten das Sperrgebiet rund um den Vulkan auf einen Radius von 4 Kilometern. Der etwa 80 Kilometer vom Vulkan entfernte Flughafen der Stadt Maumere wurde laut der amtlichen Nachricht Agentur Antara geschlossen. In Indonesien gibt es insgesamt fast 130 aktive Vulkane. Der aus mehr als 17 000 Inseln bestehende Staat in Südostasien liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, wo mehrere Erdplatten zusammenstossen. Es kommt daher häufig zu Vulkanausbrüchen und Erdbeben. Anfang Dezember waren beim Ausbruch des Marapi auf der Insel Sumatra 23 Menschen gestorben.